Was geht ab man, du Seafighter, Osiria und heute werden uns die aktuellen Turnierteams im globalen Dokkan Battle ansehen, denn das nächste Turnier steht ja kurz vor der Tür, das beginnt diesen Freitag ab 8.30 Uhr morgens unserer Zeit und daher werde ich euch auf jeden Fall erstmal ein paar Turnierteams zeigen bzw. die metagerechten Turnierteams, welche man momentan im globalen Dokkan Battle spielt, denn im Gegensatz zum letzten Turnier sind viele wichtige Charaktere da hinzugekommen, zum einen haben wir da den neuen Extreme The Awakened Broly, wir haben aber auch den neuen Leader Rosé Strength und Angel Golden Freezer und den Free2Play Intraditz, der da auch als Turnierkarte gilt. Aber erstmal außen vorweg, wie läuft denn das im Turnier ab? Im Turnier ist es so, um es kurz zu fassen, je öfter du gewinnst, desto mehr Punkte bekommst du, desto mehr Punkte du hast, desto höher wirst du platziert, desto höher du platziert wirst, desto mehr Preise bekommst du. Das heißt, im Turnier müssen wir grinden, 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 kämpfen, 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 gewinnen, gewinnen, gewinnen. Im Turnier gibt es vier Phasen, man fängt an in der Vorrunde, da sind vier Teams, vier gegnerische Teams bzw. drei gegnerische und unser Team auf dem Turnier fällt, die dann gegeneinander kämpfen. Danach geht es weiter im Viertelfinale, da kämpfen wir eins gegen eins, also Team gegen Team, im Halbfinale ebenso und im Finale hat man das Finale geschafft, fängt man wieder von unten an und kann dann quasi die Schwierigkeitsstufe erhöhen und so weiter und so fort. Und das wiederholt es eben die ganze Zeit, denn im Turnier ist das Ziel, Turnierpunkte zu sammeln, um wie gesagt höher platziert zu werden, um bessere Preise zu bekommen. Da fängt es nämlich an, wie ist denn, an was wird ein Turnierteam gehandfestigt? Es ist nämlich so, im Turnier selbst kämpft man gegen andere Teams von Spielern, das sind Offline-Teams, also nicht in Echtzeit, aber da kämpft man gegen sechs Charaktere, also ein volles Team, fünf Charaktere vom gegnerischen Team und ein Friend, also wie wir das normalerweise machen, heißt sechs Charaktere. Und daher ist es wichtig, dass es im Turnier ist bzw. in den Turnierteams wird der Fokus auf AOE-Charaktere gelegt. Was sind AOE-Charaktere? Das sind Charaktere, die Flächenschaden machen, also Schaden gegen Jiren mit ihrer Ulti, mit ihrer Super Attack. Dazu gehört Broly, Majin Vegeta, unter anderem auch der neue Raditz, Cell, Xenotrunks und so weiter und so fort, da gibt es noch ein paar mehrere. Genau, das Allerwichtigste im Turnier ist auch noch, nur der eigene Leader zählt. Man kann zwar einen Friend mitnehmen, aber der Leader-Skill vom Friend aktiviert sich nicht, heißt wir haben nur einen eigenen Leader-Skill, potenziell mindestens Key plus drei und eben den Attack-Boost. Genau, und deswegen schauen wir uns erstmal an, wie die älteren Turnierteams aussahen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht damals, aber wie gesagt, dazu hat sich bis jetzt aktuell meterrecht viel geändert, denn es kamen viele Units dazu. Wir sehen uns trotzdem mal ganz kurz das alte Team an, um euch deutlich zu machen, was denn da quasi funktioniert, wie es funktioniert hat. Dazu sind wir im Docker Metal Builder. Das ist eine Seite, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, könnt ihr euch gerne ansehen, da könnt ihr euch auch grafisch quasi alles bauen. Nun, es sieht jetzt erstmal ein bisschen viel aus, aber wie gesagt, die wichtigsten Units sind AOE-Damage-Healer und in den Villains gibt es sehr viele davon. Wir haben da damals, ja das ist jetzt das alte Team, ich will das nur ganz kurz aufzeigen, um das Grundprinzip zu verstehen, hatten wir Broly oder Majin Vegeta. Und schon mal außen vorweg, wenn ihr weder LR Broly noch LR Majin Vegeta habt, dann nehmt ihr eben den anderen Broly, der hat jetzt mittlerweile schon sein Extreme Sea Awakening, ist sehr solide für das Turnier. Oder den Tag Majin Vegeta, macht zwar nicht so viel Damage-Output in den späteren Schwierigkeitsstufen, aber davor macht auf jeden Fall gut Schaden. Genau. Unten sind noch Alternativen, aber auf die komme ich gleich zu sprechen. So, wie gesagt, unser Leader ist Rosé. Wir haben auch nur den einen Leader, dessen Leader-Gesicht aktiviert, nämlich unseren eigenen. Damals war es Key plus 3, hat er uns gegeben und auf jeden Fall 50%. Das war nicht viel, weil im Turnier in den höheren Schwierigkeitsstufen machen die Charaktere auf jeden Fall viel Schaden. Aber, Grundprinzip. Wir wollen, dass die AOE-Damage-Healer Key bekommen. Denn wir haben ja auch nicht den Friendly Leader-Skill aktiviert, also brauchen wir auf jeden Fall Key, damit sie ihre Ultis machen, damit sie ihre AOE-Damage-Spells machen. In dem Fall Broly mit der 12 Key, Majin Vegeta ein bisschen schwieriger mit 18 Key. Und man kann sich auch mit Items aushelfen. Ja, die Key geben, etc., etc., Orbs changen und so weiter und so fort. Gut, heißt, wir haben hier schon mal vorne hinweg nur Key plus 3, die wir bekommen für unsere AOE-Damage-Stiller Broly und Majin Vegeta. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Rest des Teams Charaktere sind, die Key geben. Denn in jede Rotation, in die sie reinkommt, brauchen diese zwei Units auf jeden Fall Key. Heißt, wenn wir in einer Rotation Broly und in der anderen Majin Vegeta zusammengeben, sind es nicht so viele Key. Dann muss oder will ich auf jeden Fall, dass jedes Mal, wenn ein Charakter reinkommt, diese Key gibt. Das macht Rosé durch seinen Leader-Skill A komplett. Wir haben Key plus 3, ganz klar. Aber der Friend, ich sage es immer und immer wieder, ganz wichtig, der Friend Leader-Skill zählt nicht dazu. Und wir werden gleich klären, wen wir dann als Friend nehmen. Heißt, wir haben so vorne hinweg nur Key plus 3. Natürlich aktivieren sie dann Link-Skill, etc., etc. Aber das Wichtige hier in dem Team ist dann die Passive der anderen Charaktere. Rosé gibt hier Key plus 3 durch seine Passive, wenn er in der Runde ist. Goku Black tut das genauso. Thales ebenso und ein Angriff-Boost. Und der Demon King Piccolo ebenso. Er gibt Extreme Class Key plus 3, Attack plus 15%. Also wir wollen hier auf jeden Fall Key. Heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Charaktere, die, wenn sie in die Rotation kommen, auf jeden Fall Key plus 3 geben. So, bestes Szenario wäre, wenn wir zum Beispiel Brody haben in der ersten Rotation mit Rosé und Goku Black. Er bekommt von beiden Key plus 6 durch die Passive. Durch Prepared for Bet nochmal Key plus 2. Und dann durch den Linskin nochmal Key plus 3. Heißt, er macht easy seine Ulti. Easy seine Ulti. Und genau, das ist eben das Wichtige. Nun, als Friend kann man in dem Fall, hat man in dem Fall noch einen weiteren Broly genommen. Denn wir haben hier nur 2 AOE Damage Dealer. Deswegen, wenn jeder in einer Rotation ist, im besten Fall, im Schluss war es keiner, wäre es gut, wenn wir da noch einen hätten. Also nehmen wir den Friend mit rein. Und das passt auch, das passt auf jeden Fall alle Male, weil alle anderen Charaktere geben Key. Das ist das Wichtige. Sie geben Key für die AOE Damage Dealer. Deswegen hat man so ein Turnierteam gebaut. Denn im Turnierteam ist es wichtig, beziehungsweise am effektivsten, wenn wir so schnell wie möglich die Gegner besiegen. Und das tun AOE Damage Dealer. Deswegen sind sie so wichtig. Wir spielen gegen 6 Charaktere auf einmal gegen ein vollwertiges Team. Wenn er Broly einmal Ulti hat, sind alle weg. Und das eben das. Man muss ja immer Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Je schneller das geht, desto besser und einfacher für uns. Und deswegen baut man oder spielt man so AOE Teams. Genau. Als Alternative, bei denen das gilt, ist das Problem. Es kann wehtun, wenn wir eine Ulti bekommen, wenn wir Schaden bekommen. Vor allem in den höheren Stufen. Da hat man zum Beispiel dann statt Piccolo zum Beispiel Golden Freezer genommen als Tank. Oder wenn man Margin nicht hatte quasi. Oder halt als Tarts oder je nachdem. Golden Freezer statt diesen Tank Golden Freezer. Also einen Tank konnte man in das Team auf jeden Fall bauen. Ist aber kein Muss. Beziehungsweise muss man da eben aufpassen, sich mit Items aushelfen. Wenn man da merkt, okay, jetzt könnte ich sterben. Weil es ist wichtig im Turnier, je weniger man stirbt, desto höher wird die, ähm, desto höher wird die, eure, der Multiplayer, dass ihr mehr Punkte bekommt. Und das will man eben verhindern, dass man verliert. Man will immer kontinuierlich weiter und weiter und weiter gewinnen. Genau. Als Alternative zu den Charakterien, AOE Damage, hätte man Cell. Cell macht die doch nur mit seiner 11-Key-Ulti. Da muss man aufpassen, dass man auf die 11-Key kommt. Ähm, genau. Heißt, so im Idealfall wäre dieses das ältere Team, das man gespielt hat in den Turnieren, weil, wie gesagt, größer Fokus liegt auf den AOE Damage-Dealern. Diese sollen auf ihre Key kommen und das tun die anderen Charaktere, weil wir wollen einfach AOE Damage machen, damit wir schneller die Kämpfe gewinnen, damit das schneller geht mit den Punkte einsammeln. Genau. Was hat sich jetzt zudem geändert? Zum einen unser Leader. In der neuen Meta spielt man jetzt so ein Turnierteam für das nächste Turnier. Denn wir haben den Strength Rosé. Sein Leader-Skill ist weitaus besser vom Boost, der für HP, Attack und Deaths jetzt 120% statt 50% und Key plus 3 ist auf jeden Fall noch verhalten. Und er selbst durch die Passive gibt jetzt noch Key, beziehungsweise Key plus 3 immer noch und 50% Verteidigung für unsere Alliierten, Extreme-Klass-Alliierten verhängt von Superclass-Enemies noch Attack und 20%. Aber das Wichtige hier ist dann dabei noch der zusätzliche Verteidigungs-Boost. Genau. Viel hat sich da nicht verändert. Wir sehen, wir haben immer noch unsere AOE Damage-Shiller Broly und Margin. Wir gehen da auf, die legen wir Fokus. Aber einen wichtigen AOE Damage-Shiller haben wir dazu bekommen, der Free-to-Play-Intraditz. Und ich habe euch schon gesagt, er farbt ihn euch, er farbt ihn euch, er farbt ihn euch. Denn er braucht legit keine Key, denn er sorgt für seine Passes selbst für die Key. Denn wenn er gegen zwei oder mehr Charaktere kämpft, bekommt er zusätzlich Key plus 6 auf den Anruf und Verteidigung 30% plus. Er hat das schon so vorneweg 50%. Er ist wirklich eine Turnierkarte und er will nur in Turnieren da sein. Und man spielt ihn quasi nur im Turnier eigentlich. Aber dafür macht er seinen Job gut, beziehungsweise werden wir das dann testen am Freitag. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall sehr gut tun. So. In diesem Team haben wir jetzt drei AOE Damage-Shiller. Heißt, wir brauchen mehr Key. Schau mal außen vorweg. Ihr müsst natürlich darauf aufpassen, dass sich Rosé sein Leader-Skill aktiviert. Heißt, jeder Typ muss da ist. Wir haben Strength, einmal Rosé, Broly. Int, Raditz. Er geht, hätten wir Margin-Vegeta, der LR. Physisch Goku Black, Tag King Piccolo. So, wir hätten dann damit alle Typen gedeckt. Anyways. Wir haben hier in diesem Turnier-Team auf jeden Fall ganz wichtig. Dann LR, Broly, Margin-Vegeta und Raditz als AOE Damage-Stealer. Das sind drei AOE Damage-Stealer. Die werden durch Key versorgt. Einmal durch Rosé, Key plus 3, Goku Black und durch King Piccolo, Key plus 3. Wir merken, ein Unit, der Key gibt, fehlt hier. Ich würde in dem Team eigentlich, wenn ich ehrlich bin, als Friends keinen weiteren LR Broly nehmen, weil das könnte ein bisschen schwer werden, da dann vier AOE Damage-Stealer mit Key zu versorgen. Ich würde eher einen weiteren Rosé nehmen, der dann Deathboost gibt und Key plus 3 durch seine Passive. Aber das muss man natürlich dann probieren im Turnier selbst, wie das funktionieren wird. Man kann auch, wie gesagt, wenn man da Tankings haben will, wenn man da, ähm, weil die Turnier-Charaktere, die Turnier-Charaktere in den höheren Schwierigkeiten machen, machen echt viel Schaden, kann man da Tanks auf jeden Fall spielen. Zum Beispiel Angel, Golden Freezer statt King Piccolo. Problem hierbei ist, ähm, man verzichtet auf Key und Key brauchen wir für die AOE Damage-Stealer. Und die Tanks, denke ich, müssen wir nicht unbedingt spielen, weil wir haben hier Rosé, der noch zusätzlich, äh, auf die Verteidigung 50% geht und ich denke, da sind wir auf jeden Fall gut gedeckt. Falls ihr, wie gesagt, also Golden Freezer könnt ihr auch spielen in Eglity, wenn ihr Tank nicht habt, dann müsst ihr aber den Margin Vegeta rauszunnen, weil ihr braucht ein Eglity-Unit. Und dann, wenn ihr Tank Margin Vegeta habt, für den King Piccolo zum Beispiel, da könnt ihr rotieren. Und wie gesagt, Alternativen sind immer noch natürlich Margin Vegeta-Tag, wobei der quasi, auf den würde ich verzichten, der macht nicht so viel Schadenspotenzial. Äh, ähm, sorry. Raditz würde ich auf jeden Fall lassen. LR Brody, wenn ihr habt, auf jeden Fall einen Alternativen zu LR Brody. Auf jeden Fall Extremsy-Awake-Brody, denn er bekommt auch den Angriff auf die Verteidigung komplett Extremsy-Awake-80% macht auch AOE-Damage und der ist da auf jeden Fall ein Anfall-Tanky, auch noch durch die Passive und der ist auf jeden Fall ebenbürtig. Was im Turnier, also in Sachen Turnier mit LR Brody. Also wenn ihr E habt, könnt ihr ihn reintun und wenn ihr LR Brody nicht habt oder keinen Fall, oder Extremsy-Awake-Brody nicht, dann Cell als allerletzte Alternative, der durch seine Key plus 11, äh, Key, also 11-Key-Ulti nur AOE macht, aber auf den würde ich auch verzichten. Und das Turnierteam momentan mit den Villains würde dann so aussehen. Wir haben wie gesagt unsere drei AOE-Damage-Spiele, auf denen legt Fokus. Die wollen Key, zumal Raditz eigentlich nicht, der kommt alleine, klar. Aber wie gesagt, LR Brody und LR Majewade auf jeden Fall noch ist ein Rainbow-Team. Dann aktiviert der Leader-Skill, Coco Black sorgt für Key, Rosé, Broly, äh, Broly nicht, aber King Piccolo sorgt für Key und dann noch unser Friend Rosé, wenn wir da den mit reinnehmen. Es gibt noch ein anderes Team, ein anderes abschließendes Team, nämlich mit den Resurrective Warrior, mit Angel, Golden, Freezer, denn LR Brody und Majewade sind ja auch Teil dieser Kategorie. Und hier liegt auch der Fokus auf beiden AOE-Damage-Skillern. Wir haben hier dann als Leader statt Rosé Angel, Golden, Freezer, aber unser Boost ist dann weitaus besser. Wir kommen dann auf Attack und Def 170%, auf, ähm, die HP 130%. Heißt, wir haben hier weitaus bessere Attack und Def-Boost. Problem ist, wir, ähm, verzichten hier auf Key durch Rosé, aber machen wir es, wir können als Friend da auf jeden Fall den Strength Rosé mit reinnehmen, ähm, wenn wir ihn hier kurz aufpappen können, das zeigen können, denn dann sorgt dieser Friend Rosé auf jeden Fall für Key durch seine Passive oder dann eben in den zweiten Ender-Brody. Anyways, dann brauchen wir auf jeden Fall, wir haben hier wieder zwei AOE-Damage-Skillern, das heißt, wir wollen auf jeden Fall Charaktere, die Key geben. Piccolo gehört zu den Resurrect Warriors, Demon King Piccolo, äh, Piccolo. Ähm, Metal Cooler gibt Key plus 2, Attack plus 30%. Er ist auch sehr wichtig als, ähm, Support-Unit in diesem Team. Dann, wie gesagt, Alternative zu Broly wäre Serl, ich mach den aber mal raus. Und dann könnt ihr in diesem Team, merklich schon, da haben wir keinen weiteren, der Key geben würde, es sei denn, ähm, ihr geht dann her und nehmt euch dann noch, weil, ähm, Angel, Golden, Freezer gibt ja noch den Inkarakteren, Inkarakteren auch Key plus 3 und 50% auf jeden Attribut. Wir könnten auf jeden Fall noch Thales zum Beispiel reinholen oder, ähm, Raditz als letzten Slot. Äh, Problem bei Raditz ist, er bekommt nur 50%. Ich weiß nicht, ob sein Schadenspotenzial am Anfang wird es auf jeden Fall reichen, aber in den schwierigen Schwierigkeitsstufen wird er wahrscheinlich nicht jeden One-Shotten. Ihn können wir uns auf jeden Fall aber merken, aber Thales wäre hier zum Beispiel, ähm, vielleicht eine bessere Wahl, der da natürlich nur noch Key gibt, wenn wir uns aufholen Key plus 3. Müsst aber aufpassen, er bekommt nur 50%, also wenn er getroffen wird, könnte es auf jeden Fall wehtun. Ähm, oder ihr sagt euch, okay, ähm, ich will dann noch nicht mehr Key haben, sondern ich will dann Tank, Golden, Freezer könnt ihr mit reintun, äh, Tank, Golden, Freezer oder LR, Bojack könnt ihr auch auf jeden Fall reintun als Tank, ähm, und das Resurrect Border Team würde dann auch so aussehen, also im Endeffekt auch Fokus auf die AOE-Damage-Dealer und die restlichen Charaktere sollten für Key sorgen, beziehungsweise hier könnt ihr auf jeden Fall noch einen Tank mit reingehen. Mein Favorit-Team ist auf jeden Fall nach dieses Team hier, ich werde dieses Team auch bauen, so wird mein Team aussehen. Ähm, mit diesem Team, denke ich, werde ich nicht allzu viele Probleme haben und ich denke, das ist mehr oder weniger das beste Turnierteam momentan in Global, in der momentanen Meta. Das Angel-Golden-Freezer-Team kommt auf jeden Fall rein. Ran, die älteren Teams könnt natürlich auch spielen, wie wir gesehen haben, ja, die älteren Units geht natürlich auch, dann könnt ihr, ähm, hier als Friend den Strength Throw sehen nehmen. Sein Leader-Skill aktiviert zwar trotzdem nicht, aber der Death-Boost ist auf jeden Fall da gut oder dann Broly immerhin weiter, ähm, als Friend. Und genau, wie gesagt, zusammenfassend, die Turnierteams auf AOE-Damage-Shiller gerichtet, die anderen Charaktere sorgen für Key sorgen, weil sie brauchen ihre Key, wir haben nur ein Leader-Skill, der aktiviert ist. Aber, soll nicht heißen, wenn ihr keines dieser Teams habt, vor allem nicht dieses Willens-Team oder, äh, Reservoir-Team, dann, meine lieben Freunde, nehmt ihr einfach euer bestes Team und läuft in das Turnier. Denn im Endeffekt müsst ihr einfach nur gewinnen, gewinnen, gewinnen und Punkte sammeln. Nur diese zwei Teams erleichtern uns diesen Prozess immens, weil wir hier AOE-Damage-Dealer haben, die jeden da weghauen mit ihrer Ulti. Und das geht weitaus schneller, als wenn ihr das mit anderen Teams macht. Aber, wenn ihr, wie gesagt, diese Teams nicht bauen könnt, könnt ihr jede andere Teams nehmen, die ihr da habt. Nennts, das wären zum Beispiel Heroes, die viele Konter drin haben. Ihr stellt einfach die Konter da in Super Vedito, Vedito Blue, Vegetta und Bulma. Die Konter nachsweck, Konter nachsweck, das geht auch sehr schnell. Da hat es auch Sinnuchang zu euch als AOE-Damage-Shiller, der macht aber nicht so viel Schaden. Wenn ihr das, so ein Team auch nicht machen könnt, so ein Konter-Team, dann mit einfach euer bestes Team, was ihr da momentan habt. Sei es ein Kategorie-Team, äh, Neo-Guard-Team. Das wird, der Prozess an sich wird länger dauern, aber im Prinzip müsst ihr eine Punkte sammeln. Und wie gesagt, mit diesen Teams, die ich euch heute aufgezeigt habe, geht also weitaus schneller. Mein favorite Team ist dieses Team, das ihr hier seht. Ich wünsche euch, könnt ihr euch auf jeden Fall helfen und ihr habt was mitgenommen. Und das für mich startet, wie gesagt, diesen Freitag um 8.30 Uhr. Bis dann, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Bis dann, habt ihr euch. Untertitelung des ZDF, 2020